Musik Hey Leute, ich muss nochmal wieder eine kurze Erklärung abgeben. Also wie ihr es gemerkt habt, sicherlich, heute ist kein Komodo Island rausgekommen. Ich habe es die letzten zwei Tage nicht geschafft weiter zu spielen und vor zu produzieren. Deswegen, heute auch nichts kam. Die Vorproduktionsvideos waren aufgebraucht und ich hatte die letzten Tage viel um die Ohren. Also Ostern steht vor der Tür, für die Kinder vorbereiten, außerdem mich mit meiner Ex absprechen, ihr auch ein bisschen unter die Arme greifen, weil der geht es im Moment auch nicht so gut und die braucht hier und da ein bisschen Hilfe und immerhin möchte ich ja, dass sie gesund bleibt und für unsere Kinder weiterhin da zu sein. Und deswegen war ich da halt ein bisschen, ja, wenig zu Hause und hatte wenig Zeit vorzuproduzieren. Ich werde jetzt mich gleich noch wieder ran machen und ein bisschen was vorproduzieren. Das heißt, es sollten die nächsten Tage über die Ostertage auch wieder weiter Videos kommen. Aber heute habe ich, ja, heute hatte ich dann leider nichts mehr und ich habe es auch nicht geschafft, noch was zu produzieren. Also, ich hoffe, ihr verzeiht mir das und ich weiß, ihr verzeiht mir das und ihr habt da Verständnis für. Also, ich wollte es euch nur noch einmal erklärt haben. Also, freut euch auf die nächsten Videos. Bis dann, euer Kucker, der Wolf. Au!